Jo Leute, was geht? Ich bin's Wetter, euer Simon und ja, heute mal ein kleines, kurzes Video noch und zwar, ich stehe wieder auf dem Feld und ja, es gibt anscheinend doch noch ein Update und zwar habe ich, es ist wie gewohnt, da oben Anfahrt, alles, Sprung, Kurve, alles mögliche, aber jetzt wird es noch mega geiler. Also wir haben, ich habe einen neuen Sprung gebaut und nochmal, also es kommt hier noch ein Drop hin aus Holz, so ein Holzsteg und zwar, der kommt hier hin, hier wo die zwei Stängel sind, ist alles ausgemessen, hier kommt er hin bis hier her, bis da her und so breit, 80 Zentimeter breit und drei Meter lang ist er. Und gebaut wurde der Steg schon und jetzt wird er bald hier her gebracht und hier aufgerichtet, aufgestellt und ja, das sieht alles so nur raus. Und zwar kommt man von oben angefahren auch, zwar nicht über die, die, nicht über hier den Einstieg, sondern da hinten rum übers Feld hier und hier rum und hier rein. Und er wird ein Meter fünf hoch sein, also ungefähr hier ungefähr, ja, dann wird hier noch eine Landung hinkommen und dann, dass man da genau in die Kurve wieder schießt. Und ja, genau. Und zwar, ihr wisst ja im letzten Video, das ist abartig. Schauen wir mal, wie viel Erde wir haben noch. Das ist wahnsinnig, wir haben, das gab mal vielleicht Viertel oder die Hälfte noch. Von hier alle, alle ist schon weg. Das haben wir alles verbraucht, auch für diesen neuen Sprung hier, ja, jetzt seht ihr ihn mal. Das ist der neue Sprung, man kommt von der Kurve oben rein. Hier ist der Sprung, richtig geil, Landung. Und hier ist eben der nächste Sprung, der kennt ihr ja. Und, ähm, ja, genau, kommt mal hier rein, gejumped. Hier, nächster, der habe ich hier ein bisschen verbreitern müssen, dass man hier auch ein bisschen Whip üben kann. Und man ist aber auch generell immer relativ weit rechts immer gelandet. Und den habe ich hier ein bisschen verbreitert, wie man sieht. Und hier eine kleine Mauer hingemacht, weil eigentlich sollte das ja, sollte man hier ja reinkommen und hier rum und hier rein wieder. Aber, ähm, das war halt alles schon von der Sonne kaputt und alles. Und, ähm, deswegen ist das Gras alles kaputt. Und deswegen musste ich hier eine kleine Mauer aus Erde machen. Ähm, ja, und hinzugekommen ist, sind die zwei, jetzt muss ich die Kamera kurz da durch, die zwei, ähm, von den zwei Sprüngen hier vorne. Ich meine die Kamera so lange am Gesicht. Ähm, von dem Sprung und von dem da hinten wurden hier noch Landungen hinzugefügt. Ähm, genau. Sowohl hier hinten genauso. Kann man mal hin. Mal laufen, laufen, laufen. So, hier eben von dem kleinen, mini kleinen Sprung hier auch eine Landung. Und, ähm, ja, so bis jetzt ist, sieht es jetzt aus. Und der Drop wird noch hinkommen und dann will ich nochmal ein Video darüber machen über den Drop, wie der dann aussieht, wenn er fertig ist. Und dann wird es hier wirklich nichts mehr geben, weil dann höre ich wirklich hier auf, weil, ja, keine Ahnung, es ist echt abartig, ähm, wie viel Arbeit dahinter eigentlich steckt. Also, es ist absolut wahnsinnig. Und, ähm, ja, so sieht es bis jetzt aus. Ähm, ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke mal, dass ihr nichts verpasst von meinem Kanal. Und, ähm, ja, schaltet es nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.